Den Koksengel habe ich nicht mehr gemacht, seit ich ein Kind war. Lass das Turnier beginnen. Wer gewinnt bei der Winter Edition vom Comedy Central Cup? Jede Woche treten zwei unserer Cartoon-Serien gegeneinander an. Kämpfen um deine Gunst, den heißbegehrten Sendeplatz am Sonntagabend und den Siegertitel. Verpasse nicht den Marathon des Gewinners dieser Woche. Oh scheiße, das ist ja Wahnsinn. Comedy Central Cup Winter Edition. Sonntag 23 Uhr auf Comedy Central.